In meinen Träumen bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich... Hi ihr Lieben, heute ist schon der nächste Tag. Mein Video lädt gerade hoch. Und bis ich mich angezogen habe, habe ich eine halbe Stunde gebraucht. Wir gehen auch jetzt gleich zu meiner Mama. Ich habe mich jetzt einfach dafür entschieden, dass mein Poncho aus der Türkei, vielleicht erinnert ihr euch noch vor zwei Jahren, ohne Strumpfose. Ich habe wirklich nichts gefunden, woran ich mich wohl gefühle. Aber dann meinte ich, dass es gut aus ist. Also es ist okay, aber ich habe mich nicht wohl gefühlt. Ja, ich freue mich schon, wenn wir am Samstag einkaufen gehen. Übrigens wurde auch der eingeladen zum Boxen am Samstag. Da geht der hin. Deswegen müssen wir früh einkaufen gehen, damit er rechtzeitig in Brühl ist. Und ja, ich würde sagen, ich packe jetzt kurz Linas Sachen ein und danach melden wir uns von Mama auf. Eins, zwei, drei. Ja. Jetzt kommt es ein paar Minuten. Oh, oh! Ah, er ist es gut! Immer, bitte. Er ist es gut. Oh, du musst es jetzt mal auf einmal. Ah, ah! Oh, du musst es nicht mal. Ich bin ein bisschen. Du hast nicht mal hier. Oh, du hast nicht geblieben. Du bist ja gut. Schau. Schau. Schau, bitte take её bei dir. So, wir sind jetzt auf dem Weg zu meiner Mama und es rät wird total... Das Wetter ist total schlecht geworden, aber morgen soll es wieder Sonnig sein und dann wollen wir nicht. Was denn? Willst du die Kamera? Was willst du denn erzählen? Nein, nein, nein... Schatz, frest du dich auf Samstag? Was hattest du denn Samstag? Einkaufen! Nein, ich wollte eigentlich Boxen. Achso. Ich war noch nie da, weiß ich nicht. Es gibt immer einen ersten Sommer. Ach, stimmt. Gucken wir mal ob авollos gewinnt. Welcher 블�ial ist das? Ich kannte den vorher gar nicht. Das wird bei Sky gezeigt, ne? Krass, oder? Dass das hier tatsächlich groß ist. Da ist immer mal gespannt. So, wir sind jetzt bei Mama. Also seit gestern. Ich habe wieder das gleiche an, weil wir heute um 9 Uhr schon raus mussten so ein Schiffenkleid eingepackt. Ja, ich habe mir jetzt noch einen Body drunter angezogen. Wir wollen nämlich Haakons meinen Reisepass abholen. Der ist ja jetzt, hat mir solche Stabangehörigkeit. Und ja. Also, wie man uns schwer erkennen kann, habe ich mich gerade eben hingelegt. Das war schlecht geworden, aber immer. Yes, Lina. Yes, Lina. Ja, Lina. Hm? mhm. Ja, auf jeden Fall kommt Ordo uns jetzt abholen. Der will sind... der wird... später baba. Baba muss... bei bei Podcasten sind. Mhm. Mama tut sie... ba... dich... ...pann, dass... du... Dann Mama? Oh, da. Hast du irgendwie Angst vor dir? Angst? 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 Ja. Was ist denn? Was ist denn? Hey. Das ist schön. So, du mal. Du mal. So, die Dörverfahrt. Und die Dörverfahrt. Und die Dörverfahrt. Wir wollen nicht. Wir wollen nicht. Lina, wohin fahren wir? Wir müssen jetzt. Und wohin? Nein, ich weiß nicht. Weiß ich nicht. War bei dir. Kannst du Auto an, Baba? Ist das so? Hallo? Geht nicht. Geht nicht. Geht's, drei. John. Du hast mir und die Bordea? Hm? Ja. Ja. Telefon, Telefon. Aber du hast gerade Öl gewechselt. Weil unser Öllicht brennt und unser Motorlicht auch. Wir müssen auf jeden Fall Montag zur Werkstatt. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Schlimmes. Hina, du kannst dich auf deinem Platz nehmen. Hier. Ja, du hast doch dich durchgemacht. Hier. Ja, gib Jess. Jetzt jetzt, ne gidelim? Aysieme'ye gidelim mi? Hadi warte, Baba. Sie woken. Yalla, du musst auf deinem Sitz sitzen. Aber wieder versucht, zu pupsen. Aha, da. Da ist dein Platz, Hinten. So, ich weiß nicht, wo wir jetzt fahren, aber wir wollten noch nicht nach Hause, aber mal schauen. Hallo ihr Lieben, wir waren gerade bei Mekris, das heißt gerade vor 3-4 Stunden. Danach sind wir nach Hause gekommen, wollten noch schlafen, wir haben uns alle zusammen hingelegt. Ich und Lena sind direkt eingeschlafen, weil wir sind seit 5.30 Uhr wach. Und Audel hat mich dann geweckt und meinte, Schatz, ich gehe jetzt, ich kann nicht schlafen. Jetzt sind wir zur Arbeit, jetzt sind wir wach gewesen. Also ich bin natürlich eine Stunde später aufgewacht, danach habe ich Lena geweckt. Also sie ist von alleine aufgewacht, dann ist sie wieder eingeschlafen auf der Couch. Sie war richtig kaputt heute. Wir haben mittlerweile 8 Uhr, wir sind gerade nach Hause gekommen. Wir wollen noch kurz einkaufen, weil Audel liebt ja Cookies von McDonalds. Und wir haben heute welche gegessen, aber die waren so hart. Ich verstehe gar nicht, warum man sowas dann noch verkauft, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich jetzt die Zutaten dafür gekauft und wollte die Cookies machen. Ich zeige euch mal kurz alles, was ich gekauft habe. Also man braucht wohl 300 Gramm Schokotröpfchen. Ich finde das ein bisschen viel, aber ich schaue mal nach dem Fühl. Dann einmal hier Trinkpäckchen Orange. Dann diese Vanillepaste, total teuer, 3 Euro für dafür. Aber ich habe gesehen, das benutzt die Dulge von Cook Bakery auch immer. Dann habe ich das schon mal zu Hause. Dann einmal Natron. Dann habe ich drei Packungen Kerrygold geholt. Die waren reduziert auf 1,69. Also ich finde das die beste Butter, aber ich finde die zu teuer mit 2 Euro noch. Jetzt habe ich drei Stück geholt. Die kommen auch in den Gefrierfach unten. Dann einmal Mehl. Dann hat sich Lena diese Seife ausgesucht fürs Badezimmer. Einmal Zucker. Einmal hier von Far Kokosnusswasser. Duschgel. Der riecht so gut und erfrischend. Also perfekt für den Sommer. Also ich glaube, ich gehe gleich duschen. Und noch eins. Und das ist auch total lecker. Das ist ein Duschgelpeeling. Mineralmassage. Aber was ist das für ein Geruch? Aloe Vera und keine Ahnung was. Hier. Aloe Vera und Wasserminze. Auch sehr, sehr erfrischend. Eigentlich mag ich diese Erfrischendenstifte gar nicht. Aber im Sommer wird das so gut unter dem Wasser. Na was? Jetzt muss ich auf jeden Fall warten, bis die Butter, die Zimmertemperatur hat. Mir ist so warm. Und währenddessen muss ich für Lena kurz was kochen, weil sie hat sehr wahrscheinlich Hunger. Weil sie hat mir mit uns auch nicht viel gegessen. Ja. Ich liebe dich umsonst keiner an. Du gehörst nur an mir. Lass mich bitte nicht allein. Ich liebe dich umsonst keiner an. Okay. So an. Bitte. So an. Ja. Oh, heiß, 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 heiß. Die Suppe ist jetzt fertig. Lena hat zwei Teller gegessen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich noch die Cookies machen soll. Wir haben schon etwas später. Ich verlinke mir das jetzt kurz und dann auch entscheide ich nicht. Na ja, aber ich bin schon so müde. Also ich habe jetzt doch Cookies gemacht. Ich verlinke euch einfach das Rezept unten, weil sonst wäre das viel zu aufwendig, euch das alles zu erklären. Ist auf jeden Fall mega leicht. Ich hoffe, die schmecken auch. Das werde ich euch aber gleich sagen. So, die sehen schon mal sehr, sehr lecker aus. Ich bin mal gespannt, wie die schmecken. Lalalala. So, ihr Lieben, ich bin jetzt fertig. Ich kann euch die Cookies zu 1000% empfehlen. Ich habe jetzt nur hier ein bisschen gegessen. Super, super lecker. Also die sind jetzt nicht mit so viel Schokolade. Ihr müsst ihr auf jeden Fall ruhen lassen, weil die sind ja total weich. Aber der ist jetzt zum Beispiel härter geworden, aber ist trotzdem total weich. Richtig lecker. So, ihr Lieben, ich habe gerade geduscht und wir legen uns jetzt auf Schlafen. Damit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen und würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.